Was war das? Was war das? Hallo Gabriella, ich möchte ein Spiel spielen. Nein, nein, aufhören, aufhören. Gabriella, so läuft das nicht. Sie haben keine Wahl, Sie müssen das Spiel spielen. Ah! Betöne! Wer, wer? Betöne! Wer ist das? Ah! Ah! Bevor ihr mir versprochen habt, ihr könntet meinen Krebs heilen, war ich bereits jahrelang in Behandlung, Chemotherapie, Immuntherapie, Strahlentherapie. Mit Bestrahlungsgeräten ist nun wirklich nicht zu Spaß. Ich rate Ihnen, meinen Anweisungen aufmerksam zu folgen. Fuck. Es gibt einen Ausweg. Befreien Sie Ihre Hand und Ihren Knüchel von den Ketten. Und zwar mit den Werkzeugen über Ihnen. Nein, das dürfen Sie nicht! Lassen Sie mich raus! Lassen Sie mich raus! Knochenbrüche heilen. Fleisch kann verpflanzt werden. Das ist noch ziemlich leicht. Aber so etwas Wertvolles zu retten, wie das Leben, war noch nie leicht. Nimm ihn, Gabriella! Na los, du darfst nicht so lange überlegen! Nein, 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 nein! Erst mal der Fuß! Dann schwingen außer Reichweite! Okay, Gabriella! Anna! Papa Anna Ah! Du hast es geschafft! Nein, nein, nein! 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 Aufhören! Bitte! Nicht aufgeben! Gabriela! Ah! 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 Ah!